Liebe Leute, und zwar, das ist fast an mir vorbeigegangen, aber ich habe es heute gesehen, als ich mal wieder auf Quora war. Ich benutze Quora normalerweise auf Englisch und ich hatte jetzt gesehen, dass dieser Login komplett anders war bei mir. Also als ich mich angeloggt habe und da habe ich gesehen, Mensch, Quora ist jetzt auch auf Deutsch und das ist mega für euch. Ich werde euch in ein paar Sekunden erklären, warum das so ist. Also wenn ihr jetzt Content-Marketer seid, ihr interessiert euch für Inhalte und so weiter im Internet, dann ist Quora das, was ihr euch angucken müsst. In Amerika boomt das Ganze seit Jahren, hier seit 2009. Das geht mega ab, ihr kennt wahrscheinlich auf Deutsch Gute Fragen, ihr kennt dieses Portal. Hier Gute Fragen und das Ding ist aber, dass Quora extrem ausgereift ist, also viel, viel, viel besser als Gute Fragen.net. Damit bekommt Gute Fragen mega die Konkurrenz jetzt auf Deutsch, weil Quora ist wirklich ein Hammer-Netzwerk. Wenn ich mich für irgendwas interessiere, wie zum Beispiel für, ich habe jetzt hier eben T eingegeben, aber sagen wir mal SEO, dann gebe ich mal hier ein SEO-Tools und finde dazu sogar hier mit so einem kleinen süßen Icon, kriege ich die Fragen der letzten paar Wochen und kann selber auch Antworten geben. Und Antworten geben ist jetzt für mich super interessant, weil bei Antworten geben kriegt ihr ja Traffic auch auf eure Websites. Denkt da mal dran, wenn es hier irgendwas gibt, zum Beispiel im Bereich Fitness oder so, beantwortet Fragen und ihr bekommt regelmäßigen Traffic. Ganz wichtig. Selbst wenn ihr irgendwie, es kann wirklich auch im gesundheitlichen Bereich sein, wenn ihr irgendwie irgendeine Nische habt, sag ich mal, wo ihr euch gut auskennt, dann sucht immer regelmäßig jetzt auf Quora, weil ihr seid Early Adopter. Wenn zum Beispiel euer Profil hier relativ schnell ganz gut gerankt wird, sag ich mal, auch bei Quora, dann könnt ihr es schaffen, mit eurem Business hier auch wirklich viel Traffic, sag ich mal, zu generieren. Jetzt steht zum Beispiel bei mir auch hier noch 0, 0, 0. Das wird sich sicherlich ändern, weil auf Deutsch werde ich sicherlich noch mehr mal Lust haben, dann auch darauf zu antworten, gerade wenn es dann noch so ein neues Netzwerk ist. Und ja, zum Beispiel vorhin habe ich was zum Thema E-Mail-Marketing auch gesehen. Super genial. Ihr seht sogar, das hier hat ja so ein kleines Icon. Und dann sehe ich, okay, was sind die wichtigsten Erfolgskriterien? Das fragt dann irgendwer und viele, viele Leute geben dann darauf Antworten. Und ihr könnt dann sozusagen die Standpunkte angucken und können sehen, wie oft wurde das bewertet. Wie oft wurde es aufgerufen und wie oft bewertet. Und ich könnte jetzt sagen, ah, hier war ein Tipp drin, den fand ich cool, könnt es positiv bewerten. Und ihr könnt natürlich auch selber jetzt sagen, alles klar, ich habe da eine Antwort drauf, ich antworte da jetzt drauf. Und man kann zum Beispiel, naja, nicht Schleichwerbung machen, aber man kann natürlich, wenn man da eine super qualitative Antwort liefert, die wirklich ausführlich ist, dann interessieren sich wirklich sehr viele Leute für dich. Und das ist natürlich super, super geil. Es ist natürlich auch gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel sowieso schon einen Blog habt, über beispielsweise Content-Marketing, dann könnt ihr hier diese Antwort auf passende Frage einfach, sag ich mal, reinkopieren. Ihr könnt natürlich auch auf euren Blog gehen und Passagen hier reinkopieren, denn ihr müsst ja nicht alles neu schreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jonas wäre eben und ich hätte einen T-Blog und ich würde hier sehen, es gibt hier Feeds zum Thema Tee, es gibt hier Fragen. Es gibt hier jetzt nur eine, weil wie gesagt, das Netzwerk hier kam erst im Juli raus. Wenn jetzt hier kommt, welche Teesorten sind am besten, dann könnte Jonas hier natürlich sein Webinar posten. Ja, ganz ehrlich, wenn er jetzt ein Tee-Webinar hätte. Oder er könnte sagen, ja, wir zum Beispiel verkaufen die und die Tees, weil sie, also er könnte eine wirklich qualifizierte Antwort geben. Weil, wer kann dir eine bessere Antwort geben als derjenige, der das Produkt auch verkauft und so weiter? Derjenige macht natürlich Werbung für sich, aber er verkauft dann in dem Moment oder er verschenkt sein Know-how. Und dieses Know-how sozusagen, das ist dann auch keine Schleichwerbung, das habe ich vorhin so läppsch mal dahin gesagt. Es ist keine Schleichwerbung, das ist ehrliche Werbung für euch, aber ihr helft auch wirklich Leuten weiter. Also bitte nicht einfach posten, hier geht auf unsere Seite, hier könnt ihr es dann lesen. Nein, die Antwort, die muss schon hier geschrieben sein. Einfach hier links zu eurer Seite rein posten, das macht man nicht. Man schreibt hier eine ehrliche Antwort und die Leute interessieren sich dann für euch und gehen dann auf euer Profil und besuchen dann auch eventuell eure Website. Also eine super Traffic-Quelle, weil ihr seid bei Quora im deutschen Sprachraum, Early Adopter. Ich verspreche es euch, ihr seid jetzt die Ersten, die das benutzen und ihr wisst, was das für einen Vorteil bringt. Ich kann nur dazu sagen, stellt euch vor, ihr hättet 1995 hier Domains gekauft, ihr hättet die ersten Gruppen bei Facebook aufgemacht zu einem bestimmten Thema. Ihr könntet euch auf jeden Fall jetzt in Ruhm und Geld baden, so ist das. Und wer ganz früh ein Netzwerk benutzt, wie zum Beispiel Quora, der hat auf jeden Fall seine Vorteile. Wenn ihr jetzt sagt, Malte, du bist voll der Spinner, wir benutzen doch jetzt kein Quora, nur weil du das sagst, dann nenn mir bitte bei mir unten hier in den Kommentaren, was ihr davon haltet und warum ihr sagt, Malte, das ist Schwachsinn. Oder sagt, Malte, du hast völlig recht, man sollte jetzt Quora benutzen, weil es ist der Zeitpunkt, wenn das gerade neu auf dem deutschen Markt ist. In den nächsten paar Monaten wird man überall in den Suchergebnissen Antworten von Quora auf Fragen sehen, wenn man auf Deutsch zum Beispiel googelt, beste Fitnessprogramm und so weiter und so fort. Also, es ist meiner Meinung nach der Shit, wenn ihr das unterstützt, meine Meinung, dann kommentiert bitte auch hier unter dem Video und schreibt gerne mal ein Danke, falls ihr es cool fandet und gebt mir gerne auch Verbesserungskritik hier zum Video. Alles klar, ich wünsche euch viel Erfolg beim Fragen stellen und beim Fragen beantworten auf quora.com mit bitte jetzt ab jetzt einem DE-Punkt davor geschrieben. Alles klar, bis dann, euer Malte.